Wir reden über den VfB Stuttgart. Mein Name ist Danny Gallm und bei mir mit einem breiten Grinsen im Gesicht, Simeon Kramer. Simeon, guten Morgen. Danny, guten Morgen an euch da draußen. Liebe Grüße, hi. So, wir sind wieder am Start. Es ist Donnerstag, es ist Podcast-Time und wir blicken zurück auf das Spiel in Augsburg. Wir blicken voraus auf das Wochenende gegen Gladbach und mit so einem halben Auge auch schon auf diesen, ja, dann doch hoffentlich wunderbaren Pokalabend gegen Eintracht Frankfurt. Aber, Simeon, wir machen gar nicht lang rum, euch da jetzt wieder hier irgendwelche Themenpläne zu erläutern. Wir stürzen ins Wasser, hätte ich gesagt. Wie die Rebhühner. Wie die Rebhühner, die ich diese Woche wieder gesehen habe und denen es scheinbar blendend geht. Also an alle nochmal der Hinweis, Rebhuhn-Schutzprojekt Schmiedener Feld. Zieht sie euch rein, possierliche Tierchen. Possierlich war es nicht am Freitagabend in Augsburg, dafür erwartet eklig. Kann man das so sagen? Simi, du warst für unsere Redaktion mit dabei im Stadion, hast dir das Spiel reingezogen. Ich habe es daheim am Laptop verfolgt. Das war, mein erster Eindruck war, genau so ist ein Spiel gegen Augsburg. Eklig, tut weh, unangenehm und jetzt nicht wirklich schön anzuschauen. Also dazu muss ich eigentlich gar nicht mehr viel sagen, Danny. Du hast es passend analysiert. Ich glaube, vor allem die erste Halbzeit beim Spiel in Augsburg war ernüchternd. Für die VfB-Fans, für die Spieler, für die Verantwortlichen. Ich war überrascht, dass die Mannschaft dann doch irgendwie überrascht gescheint hat. Von dieser Giftigkeit, Galligkeit, Ekligkeit, die der FC Augsburg da an den Tag gelegt hat. Ich habe mich ein bisschen zurückerinnert gefühlt an das Spiel in Bochum. Das hat der VfB ja damals das erste Bundesligaspiel unter Sebastian Hoeneß 3 zu 2 gewonnen. Da war ich total überrascht, dass der VfB den Bochumern überlegen war in Sachen Aggressivität, Laufbereitschaft, Wille, Einsatz, Kampf. Und das habe ich eigentlich erwartet gegen Augsburg, dass das wieder so sein wird. Also ich meine, alle Verantwortlichen haben vor dem Spiel ja gesagt, was kommt mit Augsburg? Das weiß jeder, das wird eklig, das wird giftig, das ist ein unangenehmes Spiel. Augsburg will eigentlich nur das Spiel des Gegners kaputt machen. Die wollen eigentlich gar nicht selber nach vorne irgendwie schönen Offensivfußball spielen. Und es war eigentlich genauso klar wie gegen Bochum, was da kommt. Und trotzdem hat die Mannschaft in der ersten Halbzeit lethargisch gewirkt. Sie haben den Kampf nicht angenommen. Sie haben zum Teil fahrig gewirkt. Sie hatten Probleme mit diesem... Also Augsburg ist jetzt nicht bekannt als die Pressingmaschine der Bundesliga. Aber die Augsburger haben es geschafft, die Stuttgarter Dreierkette irgendwie ins Wackeln zu bringen. Die sind zu zweit, die haben mit dem Doppelsturm gespielt, sind zu zweit angelaufen. Und da sind zum Teil Fehlpässe passiert. Da habe ich mir die Haare gerauft oben auf der Pressetribüne. Und ich glaube, der entscheidende Vorteil, warum wir auch immer im Stadion sein wollen, auch auswärts, ist, man hat einen ganz anderen Blickwinkel aufs Spiel, eine ganz andere Sicht. Man sieht viel mehr im Großen, Gesamten auf dem Feld. In Augsburg kann man aber auch Pech haben. Und diese berühmte Strebe direkt vor der Pressetribüne, mitten im Mittelfeld, glaube ich. Hast du da Glück? Hast du das Spielfeld komplett im Blick gehabt von deinen Plätzchen? Nee, ich hatte Pech. Und ihr müsst euch das so vorstellen, in Augsburg, das ist ja eine Vollkatastrophe. Also das ist eine normale Tribüne. Und oben, unterm Dach quasi, sind einfach so zwei so Etagen hingebaut mit so, keine Ahnung, wie auf der Baustelle. Als hätten die Architekten vergessen, so, ach du Scheiße, wir brauchen noch Presseplätze. Ah, mach sie mal da oben unter das Dach. Ja, genau. Das ist einfach, du sitzt komplett unterm Dach, ganz oben. Also das ist ein ganz normales Stadion, mit Rängen oben gebaut, Oberrang. Dann kommt das Dach. Und auf der Haupttribüne haben sie einfach über den Rängen quasi, wo eigentlich dann schon der Betonblock kommt mit Dach, haben sie einfach noch so zwei Reihen Pressetribüne hingebaut. So, ach ja, komm, hockt euch mal da hin. Also das sind total beschissene Plätze für uns. Aber wir saßen quasi ganz oben unterm Dach und haben das Spiel perfekt gesehen. Und ich war wirklich, jetzt enttäuscht bin ich nicht, weil ich habe da keine Aktien bei denen. Aber ich war schon überrascht, dass der VfB sich so hat reindrängen lassen, sich so hat verunsichern lassen. Und es war eine erste Halbzeit, die mich ein bisschen, darf ich sagen, die mich ein bisschen an Labbadia-Fußball erinnert hat. Oh, das ist zu hart. Das ist zu hart. Also ich möchte vielleicht mal direkt reingehen, weil du ja Bochum den Vergleich gezogen hast. Wir haben ja immer darüber gesprochen, so der Gegner gehört damit dazu. Und die Augsburger haben es halt einfach deutlich besser gemacht als die Bochumer. Und deswegen hat es der VfB so schwer gehabt. Also die sind denen so auf die Schlappen gestanden, haben denen so weh gemacht. Und das habe ich befürchtet, weil diese Art Fußball, ich nenne es jetzt mal Fußball in An- und Abführung, zu spielen, die schmeckt diesem VfB nicht. Der VfB ist jetzt keine Schönspielermannschaft, das soll es jetzt nicht heißen. Aber wenn du denen auf die Socken steigst, dann sind da schon ein paar Spieler im Stuttgarter Kader, denen das merklich nicht gut tut. Borna Sosa. Ja, genau. Ich meine damit vor allem Borna Sosa, aber auch Atakan Karassoa auf der Sechs vor der Abwehr hat da seine Probleme, wenn es richtig, richtig deftig knallt. Wie hast du das vor Ort wahrgenommen? Denn ich finde, am TV geht diese Dynamik immer so ein bisschen verloren, wenn man das dann so quasi gefiltert sieht, auch nochmal in zehn Zeitlupen. Aber wenn du vor Ort im Stadion bist, finde ich, kriegt man immer ungefiltert nochmal mit, wie sehr es eigentlich wirklich knallt. War es so intensiv? Auf jeden Fall, ja. Also vor allem in der ersten Halbzeit. Zu meiner Ausführung kommt ja nachher noch die zweite Halbzeit, wo wir auch noch darüber sprechen müssen. Aber rein erste Halbzeit, was da Augsburg an Zweikämpfen geführt haben, mit welcher Dynamik, mit welcher Wucht, mit welcher Aggressivität auch die Spieler angelaufen haben. Also da kam es halt oft mal vor, dass der Ball eigentlich schon weg war in einem Laufduell und eine halbe Sekunde später schlägt es halt noch ein. Und jetzt nicht irgendwie auf Kniehöhe umgeflext, sondern einfach noch ein Bodycheck mit, das du am Boden legst. Das ist einfach so eine grundsätzlich aggressivere Spielart, eine aggressivere Gangart, die der Gegner an den Tag gelegt hat. Und wenn wir uns dann die zweite Halbzeit anschauen, da hat es ja gelbe Karten geregnet. Aber darf ich noch reingehen, bevor wir in die zweite springen? Nee, aber... Lass mal zum Gegentor noch gehen, weil das Gegentor ist ja eigentlich auch aus so einer Situation gefallen. Ich hatte so das Gefühl, der VfB war nicht überrascht, wie die spielen, aber er hat am Anfang nicht den Weg in dieses Spiel gefunden, weil sie damit irgendwie nicht klargekommen sind. Und dann hat es so angefangen, so ein bisschen zu taumeln und das finde ich dann kulminiert in diesem Gegentreffer, wo du ja jetzt nicht einen Spieler rauspickst und sagst, der hat den Fehler gemacht und deswegen ist es jetzt passiert. Das war ja wieder so ein gruppentaktisches Fehlversagen. Wie analysierst du dieses Gegentor, das sie in Augsburg gefressen haben? Also das ist eine Fehlerkette, glaube ich, die bei Borna Sosa beginnt. Also ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie es zu der Szene kam, wieso die Augsburger da auf einmal am Stuttgarter Strafraum standen. Vielleicht gab es einen Ballverlust im Mittelfeld, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall beginnt die Fehlerkette für mich bei Borna Sosa, der einen Gegenspiel am Rücken hat. Das ist ja das klassische Abwehrverhalten, man rückt nicht aus der Kette, wenn man im Rücken einen Spieler hat. Und Borna Sosa hat das gemacht. Ich glaube, was Karaso oder Endo, ich bin mir nicht mehr sicher, ist zum Zweikampf gegangen, so an der 16er Kante rechts außen. Und Borna Sosa als linker Wingbacker hatte im Rücken eigentlich Arne Mayer und schiebt dann auch mit raus, um eben Druck auf den ballführenden Spieler zu machen und vergisst dann irgendwie im Rücken den Spieler. Und Borna Sosa schafft es eben nicht, den Augsburger zu stoppen. Dann kommt der Ball nach außen, Arne Mayer völlig blank auf dem Flügel, hat alle Zeit der Welt, um eine Flanke zu schlagen, an der 16er Linie außen ungefähr und schlägt den Ball butterweich an den 5-Meter-Raum. Bredlo? Bredlo muss er raus? War mir schwierig, der Ball kommt mit rechts, das heißt, er hat einen Trall, dass er vom Tor weggeht. Er kommt nicht zum Tor, sondern weg vom Tor. Die stehen da zu dritt, also Zagadou, Anton, Mafropanos, nicht Quatsch, nicht Mafropanos, der war gesperrt. Sondern Ito stand so ein bisschen im Halbraum noch und die stehen zu dritt gegen einen Stürmer. Und es darf nicht passieren auf Bundesliga-Niveau, dass ein Stürmer völlig frei am 5-Meter-Raum zum Kopfball kommt. Das ist natürlich, aber weil ich Bredlo mit reinnehme, ich glaube, in so einem Moment ist es fast immer besser, die Flanke zu attackieren als Torwart, weil du im Zweifel den Stürmer auch irritierst oder wenn du nur halb an den Ball kommst, veränderst du die Flugbahn und so. Weil wenn der am 5er zum Kopfball kommt, aus der Distanz… Er kann ihn pflücken, ja. Ich will ihm da jetzt nicht falsch verstehen, bitte. Kein Torwartfehler, aber mein erster Gedanke war so, geh auf die Flanke, attackier die Flanke. Hätte mich mal interessiert, was der Steffen Krebs mit ihm da im Nachgang ausgedeichselt hat, der Torwarttrainer. Das war so ein Flo-Müller-Moment, möchte ich fast sagen. Also wenn wir uns die Fehlerkette anschauen, geht los bei Borna Sosa, der rausrutscht auf der Kette und den Flügel aufmacht. Dann kommt die Flanke in den Strafraum, zweite Fehlerkette, keine Kommunikation in der Innenverteidigung. Zagadou lässt im Rücken Belgio, Belgio, Belgio laufen. Weiß nicht, wie man den ausspricht. Ich glaube, Belgio, der Kollege von The Zone hat, glaube ich, Belgio gesagt. Also dann einigen wir uns auf Belgio, der hat ihn laufen lassen im Rücken. Mafropanus, wieso sage ich Mafropanus? Vielleicht, weil du schon das Wochenende wieder am Blick hast, wo er wieder spielen darf. Ja, wahrscheinlich, weil der mal Anton quasi als… Aber glaubst du, wenn wir Mafropanus jetzt hier so thematisieren, hat es vielleicht eine Rolle gespielt? Nein. Mafropanus war raus, du hattest in An- und Abführungen Unruhe in der Kette? Nein, das ist ja… Also so ein Fehler darf nicht passieren. Also da musst du auch mit der zweiten Mannschaft vom VfB spielen und der darf nicht frei am 5-Meter-Raum zum Kopfball kommen. Aber dritter Faktor ist dann halt auch noch Bredlo. Also wir haben Sosa, wir haben die Dreierabwehrreihe, Anton so als rechter Part, der dann auch zu weit weg war. Ito, der so im Halbraum stand, der stand eigentlich nirgendwo. Zagadou, der eigentlich im Zentrum Belgio decken muss, der ihn im Rücken ziehen lässt. Und Bredlo, der auf der Linie bleibt. Also das war einfach so wieder so eine Fehlerkette, wo du sagst, so typisch VfB, unruhiges Spiel. Augsburg giftig, aggressiv in den ersten zehn Minuten und nach neun Minuten frisst du das 0-1. Also das war typisch. Und dann war schon so ein bisschen die Tonalität auch in der Halbzeitpause auf der Pressetribüne mit dem geschätzten Kollegen George Moisidis vom Kicker. So nach dem Motto, ey, jetzt liegst du hier in Augsburg hinten nach so einem blöden Tor. Und du kennst Augsburg, du weißt, wie giftig die spielen, wie aggressiv die sind. Also da war in der Halbzeit schon so ein bisschen, boah, jetzt geht das wieder los. Du hast ja eine Riesenchance. Du hast gefühlt 12.000 VfB-Fans in Augsburg dabei. Die Stimmung war grandios. Also die VfB-Fans waren wesentlich lauter als die Augsburg-Fans. Also die haben echt Rambazamba gemacht, Respekt. Und deswegen dachten alle so, oje. Ja gut, aber man muss halt auch sehen, das war ja auch für Augsburg die Riesenchance. Ich glaube, wenn die das Spiel gegen Stuttgart gewonnen hätten, was sie ja dann letztendlich nicht getan haben, dann wären sie vermutlich raus aus dem Abstiegskampf. Kann man wirklich so sagen, vermutlich. Klares Ja. Genau. Und jetzt kommt diese zweite Halbzeit, über die wir genauso ausführlich sprechen wollen, wie über die erste Halbzeit. Denn das zeichnet den VfB unter Sebastian Hoeneß ja wirklich aus. Sie haben ihre Comeback-Qualitäten wiederentdeckt. Hoeneß greift auch, finde ich, zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Impulsen ins Spiel ein. Und so wie wir sagen müssen, dass die Pausenführung, finde ich, verdient war, das ging in Ordnung. Die haben jetzt dem VfB nicht hergespielt, aber sie haben ihnen den Schneid abgekauft und waren verdient vorne. Und genauso hat sich der VfB, und das ist, finde ich, bemerkenswert in der aktuellen Situation, in diese Partie zurückgekämpft, gearbeitet, gebissen. Und das alles angetrieben von jemandem, den wir vielleicht in den letzten Wochen zu wenig gewürdigt haben, Fragezeichen, Wataru Endo. Er hat letztlich das 1 zu 1, also in dem Spiel konnte nur so ein Tor fallen, fand ich, so ein richtiges Wirktor. Aber sag mal drei Sätze zu Wataru Endo. Wie nimmst du ihn wahr? Haben wir vielleicht in den letzten Wochen seine Bedeutung nicht genügend gewürdigt? Weil mein Eindruck ist immer, wenn du den aus dieser Mannschaft nehmen würdest, ist der Ofen aus, defensiv, vielleicht auch offensiv. Ich meine, Endo macht alles. Was oft auch ein Problem war? Genau, was ein Problem war, weil er das Gefühl hatte vielleicht, er muss jedes Loch stopfen, das der VfB hatte. Und die hatten viele Löcher in der Defensive oder im Mittelfeld. Aber Wataru Endo ist so ein Spieler, der kann den Kampf annehmen gegen Augsburg. Der ist ein giftiger, aggressiver Zweikämpfer, ein guter Balleroberer. Gleichzeitig aber auch ist er ein guter Fußballer und kann mit viel Drang und Zug nach vorne, ist er quasi der erste Initiator von Offensivaktionen. Spielt oft diesen berühmten vorletzten Ball. Ja, genau so diese verkappte Achterposition. Ich meine, Milo spielt ja fast eine Zehnerposition. Der hat mir nicht so gut gefallen in Augsburg. Der war zu offensiv, der war körperlich zu wenig da, zu wenig präsent. Aber Endo ist die Schlüsselfigur, weil er mit nach hinten arbeitet. Er spielt ja quasi mit Karasor auf der Sechs. Das heißt, er muss extrem viel nach hinten machen. Gleichzeitig muss er aber auch nach vorne vorantreiben, er muss antreiben. Er ist ganz viele, ganz viele Bälle von ihm kommen dann zum Beispiel auf die Außen. Wie du sagst, den vorletzten Pass. Und da ist er unglaublich wichtig. Er ist das Herz, der Motor der Mannschaft. Ohne den wäre der Ofen aus. Du hast vorhin in der Vorbesprechung gesagt, das ist wie wenn dem Daimler der Motorblock fehlt. Dann hast du auch ein Problem, den kannst du nicht mehr fahren. Und mit Vataru Endo ist es einfach so. Und er verkörpert gerade diese Mentalität, die Sebastian Hoeneß vorlebt. Nie aufgeben, nie aufstecken. Das Schwäbische weiter, immer weiter. Immer nach vorne gehen. Immer noch an sich selber glauben. Und dieses Tor, also wie er den mit den Knien, er klemmt ihn ja fast an. Ja, wie er diesen Ball stoppt, ganz großartig. Das ist ja wirklich, also man muss es ja sagen, das ist ja ein richtiges Gurkentor. Ja. Aber das ist eben dieses, ich erzwinge diesen Moment. Und Vataru Endo, er zwingt die Situationen, er ist da für die Mannschaft, er geht voran. Und die Tatsache, dass er ja nur sehr, sehr wenig kommuniziert. Er ist ja ein stiller Leader, er ist ja kein Lautsprecher. Das macht es eigentlich, finde ich, noch viel beeindruckender. Ja, aber er kommuniziert halt durch das, was er mit den Füßen und mit dem Kopf und mit seinem ganzen Körper macht. Das, finde ich, ist bei ihm immer so dieser Faktor. Ich glaube, er ist jetzt nicht die Lokomotive, die alles von vorne wegzieht, aber er ist in der Lage und das ist so eine wahnsinnige Fähigkeit, die man vielleicht auch nicht lernen kann, die man hat oder eben nicht. So dieses, du liegst 0-1 hinten in einem ekligen Freitagabendspiel gegen den super ekligen Gegner und du, du bleibst im Kampf, du ackerst dich immer weiter rein und erwirkst schließlich dieses Tor. Was waren so für dich noch? Weil ich fand dann hinten raus, war der VfB ja dem Siegtreffer doch ein Stück weit näher als die Augsburger. Was waren für dich noch so Faktoren, dass die Stuttgarter sich diesen Punkt zum einen verdient haben und zum anderen diesen Weg zurück in diese Partie gefunden haben? Ich glaube, man muss ehrlicherweise auch dazu sagen, und es wurde auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel so gesagt, dass Augsburg viel wechseln musste. Sie mussten verletzungsbedingt zwei, drei Wechsel vornehmen, wichtige Spieler rausbringen. Sie haben ja auch, es war ja eine, ich würde jetzt nicht sagen eine Rumpf-Augsburger-Truppe, aber es war ja schon eine stark ersatzgeschwächte Truppe. Stammkeeper nicht dabei. Genau, Stürmer nicht dabei. Roveleu. Genau, also da waren schon einige Spieler, die gefehlt haben und deswegen hatten die ein, zwei Ausfälle relativ zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und das hat den VfB natürlich in die Karten gespielt. Dazu gehört aber auch, dass, finde ich, so langsam immer mehr dieses Wingbacker-System wieder greift. Also ich finde, die Dreierkette hinten schafft es eigentlich relativ solide zu stehen und so eine Offensive wie Augsburg dann auch eigentlich zu stoppen. Zumindest mal in einer Halbzeit. Zumindest in einer Halbzeit, wobei ich auch finde, dass sie in der ersten Halbzeit, also... Ja, aber weißt du noch, wie wir letzte Woche gesprochen haben, so dieses, der VfB frisst halt immer eins. Genau. Ja, aber es geht ja nicht darum, dass die Dreierkette... Subjektiv stehen sie ein bisschen stabiler. Genau, aber es geht ja nicht darum, dass die Augsburger jetzt die Dreierkette dauernd anlaufen und dass da Flanken in den Strafraum fliegen und große Tors schassen. So war es ja nicht. Aber was ich sagen will, ist, dieses Wingbacker-System entfaltet immer mehr ihre Kraft oder den Vorteil quasi, den man sich dadurch ersucht. Weil diese Dreierkette mit den, sagen wir mal, Mittelfeld- bis unteres-Tabellendrittel-Mannschaften eigentlich relativ gut zurechtkommt. Gegen den Ball, Umschaltspiel und so weiter, Rückwärtsbewegungen nach Ballverlusten, das klappt ganz gut. Und ich finde, Joshua Wagnumann macht einen guten Eindruck. Er ist jetzt nicht quirlig, weil er ist eher eine Dampflok. Aber er ist wuchtig. Genau, er ist wuchtig. Er ist ein klassischer Schienenspieler. Er läuft die Bahn hoch und runter. Er setzt seinen Körper gut ein. Ich erinnere mich an die eine Szene, wo er Stress hat mit dem Augsburger Spieler. Der Augsburger Spieler ihm so versucht, einen Kopfstoß zu geben. Und der Wagnumann so gefiel fünf Sekunden später so, oh, jetzt habe ich aber Angst reagiert. Deswegen, Bonasosa auf der anderen Seite hat für mich gar keinen guten Eindruck gemacht. Wurde auch zurecht dann ausgewechselt im Laufe der zweiten Halbzeit. Relativ früh sogar schon. Und ein weiterer Faktor für mich war ganz klar Silas, der nach seiner Einwechslung enorm viel Schwung gebracht hat. Der immer wieder diese tiefen Wege, die dem Gegner wehtun, gesucht hat. Und es war dann eben so ein Zusammenspiel aus. Die Augsburger waren ersatzgeschwächt, waren müde. Ich meine, dieses ständige Pressing, dieses Zweikampfverhalten. Das kostet Kraft. Das kostet Kraft. Und dann kommt da halt noch so ein Silas in der zweiten Halbzeit, der diesen Tiefgang hat, den der VfB braucht. Und ich glaube, dieses Wort Tiefgang beschreibt dieses Spiel am besten, weil Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz nach dem Spiel auch gesagt hat, uns hat Tiefe gefehlt in der ersten Halbzeit. Deswegen sind wir nicht in diese Situation gekommen, die wir uns gesucht haben oder die wir uns erhofft haben. Und das haben sie dann eben mit Koulibaly, mit Silas in Halbzeit 2, haben sie diesen Tiefgang bekommen. Und ich erinnere mich an zwei, drei Zehnen, ein langer Ball auf Silas, hinter die Kette, schön eingelaufen. Da wurde es jedes Mal gefährlich. Und da ist das Spiel dann so langsam auf die Seite des VfB gekippt. Augsburg wurde müder, der VfB wurde zwingender. Und dann deswegen, du hast richtig gesagt, der VfB war dem Siegtor näher als die Augsburger. Aber für mich geht dieses 1 zu 1 nach den beiden Halbzeiten, wie die Teams gespielt haben, was das für ein Spiel war. Das war so ein richtiges Fight-Spiel. Für mich geht der Punkt in Ordnung. Und ich glaube, da müssen wir auch über die zwei Gefühlswelten noch reden. Genau. Also mein erster Gedanke mit Schlusspfiff war, ist zu wenig, weil du die Riesenchance hattest, die ranzuziehen. Und dann, also je mehr Spiele auf das VfB-Spiel gefolgt sind und je mehr die Konkurrenz auf den Deckel bekommen hat, nämlich richtig auf den Deckel, Bochum zum Beispiel, die Hertha und dann am Sonntag auch noch die Schalker, umso besser wurde dieser Punkt, umso wertvoller wurde dieser Punkt. Wie war die Stimmung direkt nach Schlusspfiff beim Sportsfreund Hoeneß? Schwierig zu beschreiben. Also weil ich glaube, die Verantwortlichen beim VfB, ich war ja dann auch in der Mixzone nach dem Spiel, da kam Fabian Wohlgemuth auch dazu, die haben irgendwie versucht, so eine Zuversicht auszustrahlen, so nach dem Motto, ey, wir haben hier einen Punkt in Augsburg geholt, nach Rückstand, zur Halbzeit. Das ist viel wert. Die Frage war vor allem, was ist das jetzt? Ist der Punkt wichtiger für die Moral oder für die Tabelle? Und da war halt eigentlich so die Aussage, ja. Da wusste man ja noch nicht. Wenn die Konkurrenz nämlich gewonnen hätte, dann wäre der Punkt für den Arsch gewesen. Deswegen war so alles so, ja, der Punkt ist gut, den nehmen wir mit, der hilft uns. Und Fabian Bredl hat gemeint, ja, der Punkt macht die Brust noch breiter und jetzt kommt ja Gladbach. Aber immer wieder war dann so dieses Aber, es war mehr drin und man hätte gewinnen können und unser Ziel war eigentlich zu gewinnen. Und ich habe dann auch, du kennst mich ja, ich habe da keinen Schmerz. Ich frage da auch mal ein bisschen bissiger nach. Da war die Pressekonferenz eben mit Sebastian Hoeneß nach dem Spiel und dann hat, glaube ich, ein Kollege, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, so gefragt, was fängt man jetzt mit dem Punkt an? Und dann hat der Sportsfreund Hoeneß ein bisschen so larifari geantwortet, so nach dem Motto, ja, den Punkt nehmen wir mit und der tut uns gut und da fahren wir zurück nach Stuttgart. Und das hat mir dann gar nicht gepasst. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, Herr Hoeneß, sind wir mal ehrlich, große Chance verpasst jetzt hier Augsburg mit unten reinzuziehen, selber Boden gut zu machen. Ist es jetzt erstmal ein Rückschlag im Abstiegskampf? Und dann habe ich so gemerkt, das hat ihm nicht so gepasst. Da war er ein bisschen angefressen und hat dann so gemeint, also Leute, wir müssen jetzt mal echt gucken, wo diese Anspruchshaltung hierher kommt. Also er hat ja recht, also der hat dann gemeint, man fährt ja nicht nach Augsburg in der Situation als VfB und holt da mal kurz locker, lässt sich drei Punkte, fährt heim und denkt sich, jawohl, wir haben ja gewonnen, easy peasy. Das ist mir schon bewusst. Darum geht es ja nicht, genau. Darum geht es ja aber gar nicht. Es geht darum, diese erste Halbzeit war mir suspekt. Ich habe nicht verstanden, warum. Das war alles angerichtet. Freitagabend, es sind gefühlt 12.000 Stuttgarter Kennzeichen-Autos über die A8 gedüst nach Augsburg. Es war alles angerichtet. Augsburg war ein bisschen im Fall nach unten. Der VfB war auf dem Weg nach oben. Psychologischer Effekt auf der Seite vom VfB. Es hat wieder vieles dafür gesprochen, dass du das Spiel auf deine Seite ziehst und hast es nicht geschafft. Deswegen war das für mich im ersten... Du hast es teilweise nicht geschafft, Phil, oder? Ja, aber das Momentum war da. Du hättest gewinnen können, du hättest Augsburg reinziehen können, du hättest dich nach oben schieben können. Du hast es verpasst. Und deswegen war das Spiel für mich im ersten Moment, und ich glaube, es ging vielen VfB-Fans auch so, im ersten Moment ein bisschen enttäuscht, ein bisschen konsterniert vielleicht auch so nach dem Motto, da war mehr drin, du hättest eigentlich gewinnen müssen. Und es war doch wieder die große Chance, es lag auf dem Silbertablett. Und ich habe halt gemerkt, wie die Verantwortlichen, Wohlgemuth, Hoeneß... Wie die mit sich ringen. Wie die mit sich ringen. Was fangen wir mit diesem Punkt an? Ist es ein gewonnener Punkt? Sind es verlorene zwei Punkte? Und du hast gemerkt, sie haben versucht, Zuversicht auszustrahlen. Und auch Wohlgemuth hat gesagt, ja, das ist doch ein super Punktgewinn hier in Augsburg. Und dann ging es auch um Borna Sosa. Und dann hat er ja gemeint, ja, der hat jetzt nicht schlecht gespielt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, aber also, Fabian, also das würde hier wahrscheinlich keiner von uns Journalisten, hätte das jetzt gesagt, dass der Sosa gut gespielt hat. Ja, aber... Ja, also, das muss man ja immer sehen, was soll er denn sagen. Das spricht ja für sich, der sieht das Spiel und der wird so kurz nach Hause ausgewechselt so. Und worum es mir ja geht, der Punkt wurde im Laufe des Wochenendes immer wertvoller. Der hätte halt auch wirklich zu wenig sein können. Aber in dem Moment, nach dem Schlusspfiff, wissen das die Verantwortlichen nicht? Weißt du das auch nicht? Und in dem Moment müssen sie natürlich versuchen, das Beste aus der Situation rauszuquetschen. Und deswegen war meine Tonalität nach dem Spiel ja auch direkt, Sebastian Hoeneß lobt Mannschaft für gute zweite Halbzeit. Aber warum der Punkt eigentlich trotzdem zu wenig ist? Also das war so, glaube ich, die Gefühlslage an dem Abend. Aber die Gefühlslage, die musst du ja Hoeneß auch zugestehen. Und die ist ja auch ein Fakt. Sie sind unter Hoeneß weiter ungeschlagen. Das meint ja Bredlow mit, die Brust bleibt breit oder wird sogar noch breiter. Denn wir kommen, wenn wir uns jetzt das anschauen, die Lage der Liga, es sind jetzt noch fünf Spieltage ausstehend. Der VfB hat den vierten Trainer der Saison, das dürfen wir immer nicht ganz vergessen, bei der Gesamtbetrachtung an der Seitenlinie stehen. Und dieser vierte Trainer hat es zumindest mal geschafft, in seinen bisherigen Pflichtspielen zu punkten und noch nicht zu verlieren. Und das ist eine absolute Qualität, wenn wir uns jetzt den Tabellenkeller der Bundesliga anschauen. Denn ich habe es erwähnt, wenn du gesehen hast, wie die Bochumer zu Hause zerlegt wurden, phasenweise von Wolfsburg, wie die Hertha, die ja auch nochmal den Trainer gewechselt haben, wo ja viele so Angst haben, dann so, oh Mist, jetzt kommt der Dardai, warte mal ab, die schlagen da zu Hause jetzt Bremen. Nichts gab es. Da gab es richtig einer auf die Ohren. Und Schalke gegen Freiburg, da gab es auch nicht viel zu holen. Und Hoffenheim zu Hause gegen Köln, das war auch eine Riesenchance für Pellegrino Matarazzo, den wir ja immer noch so mit anderthalb Augen immer im Blick haben. Die haben sie auch liegen lassen. Und am Ende war dann der VfB jetzt nicht der strahlende Sieger des Spieltags, aber punktemäßig waren sie der Sieger, oder? Auf jeden Fall. Und deswegen glaube ich, wenn wir uns den Abstiegskampf anschauen, Danny, und uns die Konkurrenz des VfB anschauen und auch die Lage, es sind noch fünf Spiele. Jetzt ist Liga Endspurt, Crunch Time. Es ist die entscheidende Phase der Saison. Es geht in den Mai, es wird wichtig, es wird ernst. Und deswegen, der Punkt lässt sich jetzt nicht super dastehen, aber wenn ich mir schaue, wie die Gefühlslage bei den anderen Teams aussehen muss, du hast es gerade beschrieben, alle anderen direkten Konkurrenten, Bochum, Schalke, Hertha, haben richtig einen auf den Latz bekommen. Und der VfB hat einen Punkt geholt. Und deswegen glaube ich, man darf diesen emotionalen Part, diese Gefühlslage, man darf das nicht unterschätzen. Weil während die anderen Teams richtig einen auf den Sack bekommen, holt der VfB einen Punkt in Augsburg, Freitagabend, ekliges Spiel, Flutlichtspiel, leicht regnerisch. Nee, es hat nicht geregnet. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich glaube, dieser mentale, psychologische Aspekt ist da enorm wichtig. Ja, und dieses als Mannschaft, ja, die erste Halbzeit war vielleicht nicht gut. Die war sogar sehr sicher nicht gut. Aber wir sind wieder in dieses Spiel zurückgekommen. Wir haben uns wieder reingekämpft. Und dieses, wir sind ungeschlagen. Ob du jetzt gewonnen hast oder nicht, ich glaube, dass das auch ein ganz gewichtiger Punkt ist. Du kennst es aus deiner Kreisklassenerfahrung mit Rommelshausen, dieses Gefühl, das eine Mannschaft hat, wenn sie merkt, zum einen, wir sind relativ stabil, wir verlieren zumindest mal nicht. Und gepaart mit diesem, wir können immer noch was nachlegen. Wir können uns in Spiele nochmal zurückkämpfen, sei der Gegner Dortmund, sei der Gegner Augsburg. Ich glaube, dass das ein Pfund ist für diese Mannschaft. Und ein Pfund könnte auch sein, wenn wir uns jetzt wirklich mal anschauen, du hast es windig wunderschön hier in unserer Themensheet gemacht, wo spielt die Konkurrenz noch? Der VfB hat am Wochenende, wie ich finde, eine machbare Heimaufgabe. Fabian Bredlo hat jetzt unter der Woche, ich glaube, Kollegen vom Kicker oder Bild, ich weiß gar nicht, wo es gelegen hat, gesagt, die müssen wir jetzt aus dem Stadion schießen. Das war übrigens noch ein Satz von der Mixzone. Ach, das war ein Satz aus der Mixzone, okay. Das haben die jetzt ja fünf Tage später ausgepackt. Das macht ja nichts. Aber das zeigt ja nochmal so, da ist jetzt auch so ein anderer, das ist ja sehr mutig, könnte man sagen. Das ist aber natürlich auch eine Aussage, die dir ein bisschen auf die, also wenn ich Gladbach-Coach oder Spieler wäre, das könnte man sich ja auch mal als Spruch in die Kabine hängen, wenn man in Stuttgart dann spielt. Aber wenn ich mir dann anschaue, was die anderen wieder für Aufgaben haben, dann hat der VfB doch am Wochenende das vermeintlich einfachste Team vor der Brust. Oder wie schätzt du es ein? Also auf jeden Fall. Also Bochum empfängt zu Hause Dortmund. Derby-Time, 20-30, Kastropper Straße. Die Dortmunder wollen Meister werden, also da geht es um einiges. Und können wieder Meister werden. Und können. Wer hätte das gedacht nach der letzten Woche? So sieht es aus. Hertha muss nach München. Da muss ich so lachen, weil, Danny, ich sage es dir, mit dieser Geschichte jetzt mit den Bayern, die da verlieren in Mainz, jetzt ist Dortmund vorne, die werden so eine Krawatte haben. Die werden Hertha so dermaßen aus dem Stadion schießen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Dein Wort im Ohr des Fußballgottes. Also nachher holt Hertha da einen Punkt und die schmeißen den Thomas Tuchel raus. Also das wird nicht passieren. Deswegen Schalke daheim gegen Bremen, das ist die einzige, also das finde ich fast noch machbarer als Gladbach. Das finde ich vergleichbar, weil ja Gladbach, Bremen, warte mal, ich gucke auf Tabelle, Bremen ist auf 12 mit 35 Punkten, Gladbach auf 10 mit 36. Das ist dieses berühmte Niemandsland. Es geht wieder nach oben was, noch nach unten. Ja, wobei sich die Bremer ja, die sind ja eigentlich schon sicher, aber jetzt nochmal mit drei Punkten. Dann werden sie safe. Und dann könnten sie offiziell den Nichtabstieg feiern, quasi den Klassenerhalt. Als Aufsteiger übrigens. Als Aufsteiger. Hoffenheim muss nach Leipzig. Sehr kompliziert. Also das ist schon, dieser Spieltag könnte ähnlich wie der letzte Spieltag für den VfB gut ausgehen. Und deswegen, Daddy, wir müssen uns ja auch die Gesamtkonstellation anschauen. Also wir haben, was war es noch am Dienstag? Wir nehmen ja heute auf Donnerstag. Wir haben mal so diesen Tabellenrechner angeschmissen. Wir haben uns geschaut, gegen wen spielen die Teams eigentlich noch. Und wenn ich mir das Schalker Programm anschaue, mit München, Frankfurt, Leipzig, wenn ich mir anschaue, dass Hoffenheim, Union, Frankfurt, Leipzig auch in Stuttgart spielt, Bochum, noch Leverkusen, Gladbach, Augsburg. Also wir haben das mal durchgerechnet und durchgespielt. Und meine steile These ist, Danny, und wir können darüber diskutieren, du kannst mich gerne jetzt hier wieder zerlegen. Ist nicht der Helmpeter immer der gewesen mit den steilen Thesen? Aber ist mir egal. Meine steile These ist, der VfB steht auf Rang 16 auf dem Relegationsplatz. Aktuell? Aktuell mit 25 Punkten. Dahinter Schalke 24, Hertha 22. An den letzten zwei Plätzen wird sich nichts mehr ändern. Schalke und Hertha gehen runter. Wenn ich mir das Restprogramm anschaue, wenn ich mir schaue, bei Hertha, neuer Trainer zwar, aber da gab es jetzt diesen Sunjic-Skandal mit verpiss dich. Also da ist ja die Stimmung so dermaßen am Boden. Wenn Schalke hat mit Abstand das härteste Restprogramm noch der Abstiegskandidaten, VfB hat 25 Zähler. Wenn der VfB noch zwei Spiele gewinnt und damit 31 Zähler auf dem Konto hat, dann steigt der VfB mindestens nicht direkt ab. Da lege ich mich jetzt schon fest, zwei Siege reichen, um zumindest mal den Relegationsplatz sicher zu haben. Und dann schaue ich mir die Bochumer an. Die müssten nämlich dann vier Punkte holen. Die haben nämlich 27 Punkte, damit sie auch bei 31 wären. Hätten dann aber das schlechtere Torverhältnis. Aber schau mal die Bochumer an. Die haben das Heimspiel gegen Augsburg und das Auswärtsspiel bei Berlin. Wenn sie die beiden Spiele ziehen, dann holen sie sechs Punkte. Haben sie 33. Dann sind sie bei 33. Genau. Also muss der VfB eigentlich drei gewinnen, damit sie zumindest mal nicht in die Relegation müssen. Also das ist meine steile These, Danny. Wenn der VfB zwei Spiele gewinnt, steigen sie direkt auf keinen Fall ab. Wenn der VfB drei Spiele gewinnt, bleiben sie in der Liga ohne Relegation. Das wäre meine steile These. Am Donnerstag, was haben wir heute? Den 27. April 2023. Und wenn ihr dann Mitte Mai, wenn der VfB Relegation spielt, obwohl er drei Spiele gewinnt, dann könnt ihr sagen, der Kramer ist schuld. Aber das ist mir völlig schnuppig. Ja, also ich glaube, ich gehe da mit, weil ich bei Hertha so die Gefahr sehe, dass die komplett zerfallen. Ich sehe nicht, dass Dardai da jetzt einen Bremskeil reinbekommt. Jetzt lass sie mal in München auf den Latz bekommen. Und dann ist ja dieses, das ist ein Endspiel. Das habe ich hier schon, glaube ich, hundertmal jetzt gesagt im Podcast, wenn der VfB irgendwelche direkten Konkurrenten hatte. Aber so kurz vor Schluss ein Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten, der aktuell drei Punkte vor dir ist, zu dem Zeitpunkt vielleicht schon noch mehr. Also das könnte ja, das Hertha-Spiel könnte ja für den VfB schon mal so, da kicken wir einen wirklich die Klippe runter, so ein Spiel sein. Wenn du jetzt Gladbach holst und in Berlin gewinnst, dann hättest du deine von dir geforderten zwei Siege und hättest dir vermutlich die Hertha, hättest sie in die Zweitklassigkeit gekickt. Vermute ich jetzt einfach mal. Und ja, bei Schalke gehe ich mit. Vom Restprogramm her, die letzten drei Spiele, München, Frankfurt, Leipzig, da gehen die vermutlich mit null Punkten durch. Ja, und dann schaut ihr die Bochumer an. Ja, ich bin da noch. Die haben jetzt zu Hause den Latz aber mal komplett voll bekommen von Wolfsburg. Die sind richtig untergegangen. Die spielen jetzt gegen Dortmund. Aber das ist ein Derby. Simi, ich weiß, aber lass mich auch sehen. Worum es mir geht, Bochum hat nicht die Qualität für mich, um die Klasse zu halten. Eigentlich. Das hätte ich vor der Saison gesagt und das sage ich jetzt auch schon. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es im Fußball immer so, am Ende des Tages setzt sich die Qualität durch. Und ich habe einfach diese, ich nenne es jetzt mal eine naive Hoffnung, der VfB hat mehr Qualität als die Bochumer. Der VfB hat in Bochum gewonnen. Bochum hat klar noch die Hertha, keine Ahnung, Punkteteilung. Bochum holt keine sechs Punkte mehr. Ich aus all meinem Erfahrungsschatz möchte ich jetzt schöpfen. Oh, jetzt spielst du die Karte. Naja, ich möchte die Karte spielen und ich sage dir aus der Erfahrung, so die letzten drei Spieltage, manchmal sogar die letzten vier Spieltage, da gibt es Ergebnisse. Das ist einfach so. Ich kann es gar nicht erklären, rational, warum es so ist. Aber da sind dann Spieltage, wo auf einmal Ergebnisse reinflattern, die du nicht für möglich gehalten hättest. Deswegen, wenn man es ganz streng, rational durchtippt und durchdenkt, so wie wir das getan haben da. Ich glaube, der VfB ist dann am Ende 15. geworden mit relativ entspanntem Vorsprung auf die Bochumer die Relegation spielen, mussten Schalke, Hertha direkt runter. Weil wir halt die Bochumer auch scheiße getippt haben. Also es kann natürlich sein, du hast recht, es kann sein, die holen einen Punkt gegen Dortmund jetzt. Die haben es in der eigenen Hand. Die gewinnen zu Hause gegen Augsburg, gewinnen bei der Hertha, haben sie sieben Punkte, dann stehen sie da mit 34. Wenn sie nicht machen, was sie wollen, dann geht es nämlich nur darum, die Relegation zu sichern. Aber die ist, sorry, da lehne ich mich echt aus dem Fenster, ich sehe den VfB nicht als direkten Absteiger. Ja, da würde ich sogar mitgehen, aber die Gefahr der Relegation, die muss vermieden werden, weil diese zwei Entscheidungsspiele, ich habe es schon mal mitgemacht, nee, ja, ich will es auch nicht so tun, als wäre der VfB irgendwie Champions League-Kandidat. Nein, darum geht es ja gar nicht. Aber es ist einfach eine Einordnung, wenn ich mir die Konkurrenz anschaue des VfB, wenn ich mir anschaue, wo Hertha gerade rumkrüppelt, wo Schalke, also Hertha liegt am Boden, also ich bitte dich. Lass mal die konkrete Frage, ist der VfB jetzt in der Verfassung, sind sie bereit für diese Crunch-Time, hast du es vorhin genannt? Hast du das Gefühl, die sind jetzt so stabil, dass sie durch diese verbleibenden fünf, hoffentlich bleiben es fünf Spiele, durchgehen und am Ende direkt drin bleiben? Hast du das Gefühl, die Mannschaft ist so stabil, so gefestigt, dass es am Ende reichen wird? Das war jetzt die richtige Frage zum Schluss. Ist sie so gefestigt, dass es am Ende reicht? Weil ich würde nicht sagen, dass sie grundsätzlich gefestigt sind. Dafür ist einfach, dafür ist zu viel passiert in dieser Saison. Sebastian Hoeneß als neuer Trainer, das kann nicht sein, dass der jetzt nach drei Wochen oder vier Wochen da ein super stabiles Fundament gebaut hat. Deswegen, deine Frage am Schluss war richtig. Ich glaube, sie sind bereit genug dafür, dass es reicht. die werden jetzt nicht vier aus fünf Spielen gewinnen und die werden hier auch keine zehn Punkte mehr einfahren. Aber sieben Punkte, acht Punkte reichen vermutlich am Ende und dann sagst du, gerade nochmal gut gegangen, puh, durchschnaufen, wir haben uns wieder gerettet, wie im letzten Jahr. Es hat gerade nochmal gereicht, aber dass die jetzt irgendwie gefestigt sind und dass das ein Selbstläufer wird, also das soll jetzt hier nicht so klingen, als wäre ich hier... Ja, ja, ich meine, die kriegen auch noch Leverkusen, die müssen nach Mainz, was die Mainzer können. Also im Sinne der TSG Hoffenheim und im Sinne des VfB ist ja am 34. Spieltag, dass da nicht für einen der beiden, vielleicht sogar für beide, was auf dem Spiel steht. Genau. Und Fabian Bredlow und Fabian... Doch, die heißen beide. Zweimal Fabian. Fabian Bredlow, Fabian Wohlgemuth, deswegen beide Fabian einfach. Ich habe immer Frank Wohlgemuth zu Beginn gesagt, als er noch frisch war. Ja, U21-Trainer beim VfB. Nee, die wurden beide natürlich gefragt in der Mixzone nach Augsburg. Genau diese Frage. Seid ihr jetzt bereit? Fünf Spiele? Seid ihr ready für diesen Endspurt? Und auch Fabian Wohlgemuth, der weiß ja jetzt langsam, wie er sich verkaufen muss vor der Presse, vor der Kamera. Der sagt jetzt ja nicht mehr so Sachen wie auf Schalke, wir sind überrascht worden, sondern der drückt sich jetzt ein bisschen gewählter, ein bisschen vorsichtiger aus. Und die haben schon beide das Gefühl gehabt und da ist auch dieses Zitat entstanden mit, wir wollen jetzt Gladbach aus dem Stadion schießen von Fabian Bredlow und diese Aussage, das gibt uns eine breite Brust. Die haben beide gemeint, die Mannschaft ist bereit, das hat das Augsburg-Spiel gezeigt. Sie lagen 1-0 hinten gegen so einen ekligen Gegner, sind nochmal rangekommen, haben einen Punkt eingefahren, der am Ende jetzt echt wertvoll sein kann, wenn man den letzten Spieltag in der Gesamtbetrachtung sieht. Deswegen, ich würde sagen, der VfB ist viel, viel, viel bereiter als unter Bruno Labbadia, aber es ist jetzt keine super stabile Truppe. Okay, also ich meine, jetzt kommt Gladbach, das kann auch dumm laufen, da musst du nach Hertha oder nach Berlin zur Hertha, also das ist jetzt nicht so, dass es ein Selbstläufer wird, das soll jetzt auch gar nicht so rüberkommen in meinem Optimismus, aber ich versuche einfach optimistisch zu sein, weil der VfB ist nicht so überragend, dass sie die Klasse halten, sondern die Konkurrenz ist einfach viel schlechter und ich glaube, das ist halt auch irgendwie ein positiver Aspekt, oder? Naja gut, das nimmst du halt am Ende mit, so nach dem Motto, dann steigen halt zwei andere ab, aber... Also ich will da nochmal, Danny, wenn der VfB absteigt, obwohl da Hertha und Schalke, also direkt absteigt, obwohl da Hertha und Schalke rumgucken, da weiß ich auch nicht. Ja gut, das wäre der absolute Worst Case und ich glaube, dann stellen sie sowieso ganz, 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 ganz viele Fragen. Die Fragen, die wir uns jetzt natürlich noch stellen, wir haben gewissermaßen ja zwei Spiele, die wir vorausschauen müssen in dieser Podcast-Folge, nämlich das Spiel gegen Gladbach und dann nächsten Mittwoch, 2030, Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt. Simi, lass uns da mal reingehen. Borussia Mönchengladbach haben wir angesprochen, jenseits von Gut und Böse. Ist das jetzt, ja, du kannst es ja immer drehen oder wenden, du kannst ja jetzt sagen, die spielen ohne Druck, das kann ja auch befreiend sein, da sind vielleicht noch ein, zwei Spieler, die um einen neuen Vertrag spielen, die sich ins Rampenlicht spielen wollen und Qualität haben sie, gerade offensiv. Andererseits kannst du auch sagen, ja, da ist die Luft raus, ist vielleicht die Steilvorlage für den VfB. Wie würdest du es einordnen vor dem Anpfiff? Also ich weiß nicht, ob es eine Mannschaft gibt, außerhalb von Gladbach, wo mehr die Luft raus ist. Also wenn ich mir so anschaue, was da auf Gladbach gerade los ist, oder in Gladbach, auf Schalke, muss man sagen, aber in Gladbach, was da los ist, mit Lars Stindl hört jetzt auf, dann ist Thuram verletzt und das läuft alles so langsam aus. Da gab es dieses Interview mit dem, wie heißt der Verteidiger nochmal? Weiß nicht, der von Union Berlin, Friedrich, ist das richtig? Marvin Friedrich. Genau, der dieses Interview gab mit, er fühlt sich nicht wohl bei Gladbach, er fühlt sich nicht gewertschätzt und so. Also da brodelt es irgendwie, da ist, das ist so die Saisons gelaufen, die sind hinter ihren Zielen geblieben, die stehen auf Rang 10 mit 36 Punkten. Da geht nach oben nichts mehr, da geht nach unten nichts mehr. Das ist so, von denen erwarte ich jetzt keine Sprünge wie Mainz, die dann auf einmal im eigenen Stadion Bayern schlagen. Also das sehe ich einfach nicht. Ich habe das Gefühl, da am Niederrhein, das pendelt so langsam aus, das läuft aus. Daniel Farke ist ja Trainer der Gladbacher, der kämpft auch ein bisschen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er irgendein Wacker-Kandidat auf der Trainerposition ist, aber da läuft es irgendwie nicht so rund gerade, da gibt es einige Störfeuer neben dem Platz. Und man hat ja auch gesagt, dieses Marvin Friedrich-Interview, das will man intern aufarbeiten. Und wie kann das sein, dass der sich da so äußert? Und also eigentlich liegt wieder eine große Chance für den VfB da, weil die kommen nach Stuttgart, da geht es, ich sage es zum 800. Mal, da geht es um nichts mehr für die. Die sind niemandem irgendwas schuldig. Da geht es nachher 1-1 aus und der VfB sagt wieder zu wenig und die Gladbacher sagen, er ist uns doch wurscht. In dem Fall wäre es dann, glaube ich, aber wirklich zu wenig. Ein Heimspiel gegen diesen farblosen Gegner, nur Remy? Ja, wäre das für dich zu wenig? Für mich ja, ganz klar. Also muss Sieg? Ja, nicht muss Sieg, im Sinne von, ich erwarte, dass sie dir aus dem Stadion knallen, aber so, wenn ich mir die aktuelle Tabellenlage anschaue, du hast halt nicht mehr viele Spiele über, wo du jetzt sagen kannst, ja gut, dann holen wir halt die Punkte nächste Woche gegen Hertha. Für mich ist es von der Ausgangslage her, ja, du musst sie jetzt packen, weil, sind wir mal ehrlich, das Hertha-Spiel, das ist dann wieder so, Endspielcharakter, ekliger Gegner, dann kommt Leverkusen, die haben eine Qualität und für die geht es um was, dann kommt Mainz, die haben eine Qualität und für die geht es um was und dann ist schon letzter Spieltag. Also deswegen, du musst es ziehen. Steile These. Die nächste. Die nächste steile These. Der Helm, Simi. Ich zieh dir meinen Fahrradhelm auf nächste Woche, wenn du weiter solche steilen Thesen aufstellst. Ich habe doch meinen eigenen Fahrradhelm dabei. Sehr gut. Dann schieß aber los. Schieß los. Meine steile These, die nächsten zwei Spieltage beim VfB, Gladbach und Hertha, entscheiden, in welche Richtung es geht. Das ist ja aber eine nicht so steile These. Oh ja, jetzt komm. Ja, aber komm, das ist ja, also, gewinnen sie beide? Ne, ich glaube nicht, dass sie Gladbach schlagen. Remy, Gladbach, Sieg Berlin. Dann hast du vier Punkte, dann stehst du bei 29, dann, ja, ja, eigentlich musst du schon beides gewinnen. Aber du, was heißt, du musst, Danny, ich erinnere mich immer wieder an diese Saison zurück, auch unter Bruno Labbadia. Ich war ja einer der, der gesagt hat, Bruno Labbadia reißt das Ruder beim VfB schon rum. Es gab immer wieder Situationen, wo der VfB hätte müssen, wo sie hätten können und dann nicht geliefert haben. Also, ich traue dem Braten noch nicht so ganz, deswegen habe ich vorher gesagt, ja, Hoeneß hat jetzt, kann in drei Wochen nicht hier diese super stabile Truppe auf den Platz stellen oder in dreieinhalb Wochen, das geht nicht. Wenn der VfB sein Gesicht dieser Saison zeigt, dann nutzen sie diese Chance nicht. Sie können jetzt gegen Gladbach beweisen, was für ein Team sie wirklich sind, was für eine Truppe sie sind, was für eine Moral, eine Einstellung, was für einen Kampf, Siegeswillen sie haben. Das können sie beweisen gegen Gladbach und deswegen wird dieses Spiel gegen Gladbach, dass du jetzt so ein bisschen als, ja, jetzt nicht, sie müssen sie nicht aus dem Stadion schießen, aber sie müssen schon drei Punkte holen. Das ist halt gewinnen. Egal wie. Das ist ja scheißegal wie. Und dieses Spiel wird zeigen, was die Mannschaft, was in ihr steckt. Das war jetzt aber schon ein bisschen philosophisch. War ein bisschen philosophisch, jetzt machen wir es mal weniger philosophisch. Ito fehlt gesperrt, fünfte Gelbe. Da werden wir jetzt vermutlich dann hinten, ja, jetzt nicht die große Überraschung erleben. Ich vermute einfach mal, Zagadou bleibt drin, weil ja Mavropanos wieder spielen darf nach der gelb-roten Karte, die er absitzen musste in Augsburg. Also Defensive, lass uns kurz die Aufstellung durchgehen. Tor ist klar. Defensive, Zagadou, Anton im Zentrum, Mavropanos rechts. Du nix, du gehst mit. Vor Mittelfeld, Karasor, du warst nicht zufrieden. Ich fand es auch schwach. Rausnehmen würde ich trotzdem nicht, oder? Nee. Nö, nö. Und dann hast du die beiden Achter mit Endo und Milo. Da Milo vielleicht. Also ein Päuschen. Wingbacker hast du ja ein bisschen vergessen, Sosa und Wagnermann. Ja, da wäre ich noch gekommen. da würde ich gar nicht drüber diskutieren. Ja, lass sie stehen fest. Und dann kommen wir eben, ich sehe ja Endo eher so ein bisschen als verkappter Sechser, beziehungsweise Achter und dann wahrscheinlich ja Milo eher so fast als Zehner. Ich könnte mir vorstellen, dass Hoeneß Führig zurückzieht auf die Zehn und Doppelspitze Silas. Das wäre mal ein Farbtupfer. Also ein Farbtupfer im Sinne von, du kriegst da vorne drin mal noch einen anderen Spielertypen rein an die Seite von Girassi. Dieses Tempo, diese Tiefe. Genau, wir reden ja immer über Chris Führig, der viel probiert, der viel macht, der viel ackert, der viel in Räume läuft, aber der eben bei der Entscheidungsfindung immer wieder Probleme hat. Ja, Silas halt auch. Ja, aber Silas bringt dir nochmal eine andere Komponente ins Spiel. Hat mehr Tempo, das stimmt. Girassi ist nämlich auch so, also wie der gegen Augsburg, da zum Teil mit dem Arsch raus die Bälle verteidigt hat, die hohen Bälle, weißt du, da kam ein hoher Ball und ich sehe schon, bevor der lange Ball kam, hat der Girassi schon seinen Körper, weißt du, Hände nach hinten, Abwehrspieler weggedrückt, da ging es schon los und wenn du daneben, der Silas, dem sein Grundelement, ist ja Tiefgang, der Tiefe und das hat Chris Führig auch, aber nicht so krass wie Silas und wenn du dann gegen Gladbach, die ja auch eine Mannschaft ist, die eher Fußball spielt, die eher auch Ballbesitz pflegt, wenn du da einen Ball schnell gewinnst, Wandspieler-Girassi anspielst, prallen lässt, Silas in die Tiefe, das kann schon ein Stilmittel sein, deswegen, ich glaube nicht, dass er was ändern wird, ich glaube, er wird wieder Milot auf 10 Stellen oder auf 8, was auch immer, führe ich neben Girassi, mein Take wäre aber, Milot kriegt eine Pause, ich finde, der hat Augsburg nicht so gut gespielt, der hat es nicht so verkraftet irgendwie. Ja, war auch nicht sein Spiel, muss man ehrlicherweise sagen. aber, komm, Danny, das Bundesliga-Fußball, das ist nicht mein Spiel, ja, das sage ich sonntags in der Kreisliga, wenn ich Samstagabends weg war, das sagen meine Jungs, heute ist nicht mein Tag, ich kann nicht so laufen, aber das kann kein Bundesliga-Spieler sagen, das ist nicht mein Spiel, hör mir doch auf, deswegen, er hat sich ja in Bochum auch gezeigt, dass er auch durchaus mit dieser Härte klarkommen kann, deswegen, also ich bin bei dir, ich glaube, ich würde gar nichts groß, du musst dieses, es läuft ja im Großen und Ganzen das System und da würde ich jetzt, wenn ich nicht gezwungen bin, was zu ändern, gar nichts verändern. Und was tippst du? Für Gladbach? Nee, ich tippe nicht für Gladbach. Ich meine für das Gladbach-Spiel und nicht für das darauf folgende Pokalspiel. Achso, was tippe ich? Ich traue dem Braten nicht, ich war jetzt vorher so optimistisch und jetzt bin ich so pessimistisch, es macht irgendwie keinen Sinn, es ist irgendwie ein bisschen bipolar, aber nee, ich tippe auf ein Unentschieden. Ich glaube, das wird ein relativ interessantes 2 zu 2. Oh, okay, ich bin gespannt, ich bin ja im Dienst, ich schaue es mir an, ich bleibe optimist, wie ich es immer bin, ich tippe auf 3 zu 1. Für den VfB 3 zu 1. Für den VfB. War es ein Heimspiel, Wetter, weiß nicht, wie es wird, aber ich glaube, ganz okay. Wird ganz okay und dann wird ja wieder ausverkauft sein. Geht ja auch um die ewige Tabelle, schließlich, ich glaube, wenn Gladbach gewinnt, ziehen sie in der ewigen Bundesliga-Tabelle am VfB vorbei, das muss man ja natürlich zwingend vermeiden. Lass uns noch mit einem Auge, nachdem wir jetzt unsere Tipps abgegeben haben, auf dieses Pokalspiel vorausschauen, weil es ist ja einfach ein absolutes Highlight. DFB-Pokalfinale ist in Reichweite. Das erste Mal seit 2013 steht der VfB im Semifinale. Kleine Anekdote, 2013 Halbfinale, damals gegen Freiburg, da war ich im Stadion, da stand ich in der Kurve. Als Bub. Ja, was ist Bub? Da war ich 19. Da war ich gerade Abi gemacht, schön so die offene Welt vor dir gehabt, was mache ich, was mache ich heute, was mache ich morgen, mir das egal, ich mache irgendwas. Da war ich damals mit einem guten Freund, in dem Sinne, Grüße raus, war ich im Stadion, in der Kurve, Halbfinale gegen Freiburg, glaube ich, 2-1 Sieg war es, oder? Ich weiß es nicht. Deswegen, ja, da steht am Mittwoch das nächste Halbfinale an. Zehn Jahre später, daheim gegen Frankfurt. Danny, stell dir mal vor, die kommen ins Finale. Da ist was ganz schön, da wäre ganz schön was los. Man hat es ja schon gemerkt, am Run auf die Tickets innerhalb von kurzer Zeit war alles vergriffen, was auf dem Markt war. Das wird, denke ich, eine besondere Atmosphäre, weil es ist Flutlicht-Heimspiel. Es ist, mit allem Respekt vor Eintracht Frankfurt, aber wer die gerade sieht, wie die taumeln, das ist ein absolut machbarer Gegner. Also die Chance, ins Pokalfinale einzuziehen, war vermutlich selten so groß wie jetzt. Also ich glaube, mit Freiburg oder Leipzig, das wären die deutlich unangenehmeren Gegner gewesen. Dennoch müssen wir so ein Negativ-Thema noch anschneiden. Ich habe es erwähnt, das Frühlingsfest läuft, der Vasen ist brechend voll, dazu gibt noch eine Schlager-Queen, ihr Gastspiel in Stuttgart nächste Woche. Der VfB spielt zu Hause. Es könnte muckelig werden am Neckarpark. Simi, du hast die Woche schon mal ein bisschen angefangen zu recherchieren. Wie groß schätzt du die Gefahr ein, dass es da zum berühmt-berüchtigten Verkehrsinfarkt kommt? Also da kommt es auf jeden Fall dazu. Also ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Also ich habe diese Woche ja schon ein bisschen recherchiert. Was ist nächsten Mittwoch? Ich glaube, der 3. Mai, genau, ist das Halbfinale. Da singt Helene Fischer in der Schleierhalle. Die TVB-Handballer spielen in der Porsche-Arena. Ich glaube, noch irgendein anderes Konzert, fettes Brot oder sowas, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich weiß es nicht genau. Dann spielt der VfB, es ist Frühlingsfest. Also der Knotenpunkt, der Verkehrsknotenpunkt da unten, Bad Cannstatt, Neckartor, das ist ja eh schon eine Vollkatastrophe. Neckarpark. Neckartor ist in der Stadt. Sorry, sorry, Neckarpark. Das ist ja eh schon immer eine Katastrophe und wenn da diese Riesen-Events alle zeitgleich sind, dazu noch Frühlingsfest, Familientag. Keine Parkplätze da? Mittwochs ist Familientag auf dem Wasen oder auf dem Frühlingsfest. Das bedeutet, da werden vermutlich auch viele Familien mit den Autos kommen, werden die ganzen Wasenparkplätze blockieren. Es stehen nicht so viele Parkplätze wie sonst zur Verfügung. Also Leute, ich kann euch nur empfehlen, reist nicht mit dem Auto an und wenn ihr es macht, dann reist so früh wie möglich an, weil ich habe mit der Polizei Stuttgart telefoniert diese Woche mehrmals. Da gibt es auch einen Artikel Anfang nächster Woche, das euch so ein bisschen vorbereiten soll auf das Chaos, das da kommt. Die werden natürlich mit erhöhter Kapazität vor Ort sein. Die wollten mir nicht genau sagen, wie viele, weil das ist ja geheim, das darf ja keiner erfahren, wie viele Polizisten da dann vor Ort sind. Da wird ordentlich aufgestellt, also Kreiterstaffel kommt, Wasserwerfer werden da rumstehen. Also die werden alles aufbieten, was geht. Die werden natürlich auch wieder vereinzelt Straßen sperren. Die werden die Leitsysteme überarbeiten, aber sie sind glaube ich noch relativ entspannt. Also ich habe mit dem Polizeisprecher gesprochen, der meinte, das Frühlingsfest, also das Vasengelände, das ist ja kleiner als das Volksfest im Herbst, die haben eine Kapazität von 54.000 Besuchern und die gehen nicht davon aus, dass es geknackt wird. Also wie viel Kapazität hat der VfB gerade? 45? 46? 48.000 glaube ich, wenn alles voll ist, 48.000. Also nie im Leben gehen alle, und die Frankfurter ja sowieso nicht, gehen die vorher auf den Vasen, dann Helene Fischer, TVB sind jetzt auch keine 15.000. Also ich glaube nicht, dass der Vasen voll wird. Ich glaube, es wird ein absolutes Verkehrschaos, aber ich glaube nicht, dass wir uns auf irgendwie Fetzerei rund um den Vasen einstellen müssen. Und was ja auch noch ein Thema ist, wer weiß, ob die Frankfurt-Ultras überhaupt ins Stadion kommen. Weil wir erinnern uns Erinnerung an Köln. An Köln, Köln-Heimspiel damals, wo die Kölner Ultras in Weiblingen hier an der Rundsporthalle rausgezogen worden sind von der Polizei. Die hätten kontrolliert werden sollen, wollten sie nicht, sie sind heimgeschickt worden. Und wenn wir uns an die Vorgeschichte erinnern, ich habe da mit der Polizei gesprochen, du warst ja glaube ich dabei, hast zugehört. Ich habe die ja gefragt, Leute, könnt ihr euch erinnern? Auswärtsspiel in Frankfurt, Stuttgarter Fans, bremsen den Zug aus, Schlägerei auf den Gleisen. Also so, Leute, seid ihr vorbereitet auf das Theater? Ja, das haben sie auf dem Schirm. Und das ist wieder ein Hochrisikospiel. Die Polizei schätzt das als Hochrisikospiel ein. Das heißt, ich glaube, wenn irgendein Frankfurt-Fan diesen Podcast hört, stellt euch mal darauf ein, dass ihr schön gefilzt werdet und rausgezogen werdet, wie es den Kölnern passiert ist. Deswegen kann das sein, dass das nachher gar nicht, zumindest von der Aggressivität her, von potenziellen Streitigkeiten, Schlägerei, was auch immer, kann das vielleicht gar nicht so schlimm werden. Ach, das ist immer schwierig, finde ich das zu, also, ich bin voll bei dir. Wer weiß, wie das ist, wenn der VfB an einem Werktag abends da spielt. Das ist... Einlasskontrollen, Schlangen bis auf die Mercedes-Straße, das ist eine Katastrophe. das auch, aber vor allem das Thema mit dem Verkehr, weil das ist dann, das kollidiert viel mit dem üblichen Verkehrschaos in Stuttgart, weil da ein Feierabendverkehr ist und so weiter. Deswegen, es kommt ja auch dazu, ich weiß jetzt gar nicht, weil ich bei den S-Bahn-Bauarbeiten sowieso den Überblick verloren habe, was da in den nächsten Wochen ansteht, aber da wird es ja vermutlich auch knirschen. Mein Tipp, es gibt bis zu 400 bewachte Fahrradstellplätze, ich weiß gerade nicht mehr, in welchem Parkhaus genau, dieses Parkhaus da an diesem Kreisel am Daimler-Museum, ich weiß nicht, welche Nummer das ist, ich suche es euch raus, hänge es in die Shownotes. Auf jeden Fall, da gibt es 400 bewachte Fahrradstellplätze, da könnt ihr eure Helme da lassen, da wird auf euer Rädchen gut aufgepasst und dann könnt ihr da ganz entspannt drüber ins Stadion laufen. Das ist ein gutes Angebot. Nehmt das vielleicht dann da wahr. Ja. Also, du fährst ja Fahrrad. Ich fahre immer mit dem Fahrrad. Aber du gehst nicht auf den bewachten Fahrradstellplätzen? Nee, aber ich kann da nicht hin, weil die relativ, also ich weiß nicht, was die Zeitspanne ist, das müsste ich jetzt auch nachschauen, du musst das Fahrrad ja dann wieder abholen und da wegradeln und für uns sind diese, also wenn das Spiel aus ist, brauchen wir halt noch ein bisschen und das schaffe ich nicht. Ich habe schon mal mit denen gesprochen, sind super nette Leute und ich schließe immer relativ nah am Stadion, am Parkplatz dann an. Also, wenn ihr irgendwo mal auf Höhe Haupttribüne an der Mercedes-Straße an einem Laternenpfahl ein Fahrrad stehen seht. Nee, einen Laternenpfahl meine ich nicht. Nicht einen Laternenpfahl? Nee, nee. Ich kann es ja sagen, das Clubzentrum hat einen Parkplatz und diese Parkplätze sind umrandet von so grünen, wie nennt man das Ding, so Stangen und da schließe ich mein Fahrrad an. Da steht es nämlich nicht auf dem Weg rum, in der Gefahr, dass ein gefrusteter Frankfurt-Fan dann seinen Ärger über die Pokalniederlage oder ein ärgerlicher Gladbach-Fan, weil er auf den Sack bekommen hat, dann gegen mein Rad tritt, stelle ich es immer schön da aus der Sichtweite und aus der Wurf- und Trittweite. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall die nächsten zwei Heimspiele viel Spaß. Ich meine, wir haben ja jetzt über die nächsten zwei Spiele gesprochen, Gladbach und Hertha und haben ja ganz vergessen in dieser emotionalen Debatte, dass der VfB ja noch dieses Halbfinale hat. Jetzt stell dir mal vor, die gewinnen Gladbach und kommen ins Finale. Also dann ist die Brust ja so breit, da sprengen die ja das Neckar-Stadion. Ja, deswegen, also das darf man nicht vergessen, was da für ein Push noch kommen kann, was da für Emotionen kommen können. Deswegen, Danny, ich wünsche die nächsten zwei Spiele viel Spaß, weil ich habe nämlich Urlaub nächste Woche, ich habe da nämlich Geburtstag und nehme mir die Woche frei. Völlig verdient natürlich. Völlig verdient, selbstverständlich, vielen Dank. Deswegen bist du die nächsten zwei Spiele im Dienst, deine Texte gibt es wie gewohnt. Ach stimmt, ja, ja klar, natürlich. Ne, die nächsten vier. Hä? Pass mal auf, Gladbach mache ich, Frankfurt mache ich, Hertha mache ich und darauf folgend an dem Wochenende mache ich auch. Ah ja, das stimmt. Du bist ja richtig im, aber danach dann gar nichts mehr. Danach bin ich raus. Da bin ich dann dran, ja. Da bin ich im Urlaub. Stimmt. Also bloß keine Relegation, aber Pokalfinale hätte ich schon Lust. Ne, deswegen, Danny, deine Texte gibt es wie gewohnt auf zvw.de slash vfb. Da mache ich den Werbeblock, oder? Bitte. Beladet euch die zvw News App herunter, die gibt es im Apple Play Store, die gibt es im Google Play Store, dann könnt ihr den Push-Kanal VfB Stuttgart einstellen. Dann kriegt ihr alle unsere Texte aufs Handy gepusht, müsst ihr nichts mehr dafür machen. Folgt uns auf Social Media, Twitter, Instagram, Facebook und Co. Gebt uns Feedback, bewertet uns gerne unsere Folgen, lasst einen Daumen hoch da, kommentiert. Auf Spotify gibt es jetzt auch die Möglichkeit, Umfragen zu erstellen. Da gibt es auch die Möglichkeit, direkt in der App quasi was zu schreiben, Feedback zu geben. Schaut auf YouTube vorbei, weil der Algorithmus, der braucht euch. Wir brauchen euch, wir brauchen den Algorithmus. Wir brauchen euch aber nicht wegen des Algorithmus, sondern wir brauchen euch, weil ihr uns Kraft gebt. Ja, dazu sage ich jetzt einfach nichts. Nein, dazu sagst du gar nichts. Simi, danke, dass du den Werbeblock abgefahren hast für nächste Woche. Nachbarschaftshilfe aus dem Remstal. Ich sage noch nicht, wer es ist, aber vielleicht kennt ihr ihn. Ist schon organisiert. Ist auch so ein Twitter-Typ, oder? Unser Ersatzkandidat sozusagen, der schon mehrfach da war jetzt, aber dankenswerterweise wieder einspringt. Da freue ich mich schon drauf. Dir sei es gegönnt, Simi. Genießt die freie Woche. Schnauf nochmal durch, bevor es richtig, richtig ernst wird dann. Sammelmail-Adresse habe ich vergessen. Sammelmail-Adresse. Wenn ihr noch Fragen habt, Anmerkungen, Wünsche, Tipps, wenn ihr wissen wollt, wo genau sehe ich denn jetzt dieses Rebhuhn da, schreibt uns gerne auf vfb.zvw.de. Und jetzt haben wir wirklich aber alles abgehandelt, was es gibt. Simi, vielen Dank dir. Wir gehen jetzt zurück ans Werk. Euch viel Spaß mit der Folge und sehr viel Spaß am Wochenende gegen Gladbach und am Mittwoch im Pokal-Halbfinale. Und wir hören uns dann nächsten Donnerstag wieder und sind ganz gespannt, ob wir siegestrunken den Einzug ins Pokalfinale feiern dürfen. Bis dahin, bleibt uns gewogen. Viel Spaß, genießt die Zeit. Ciao. 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 Das war's für heute.